Hallo ihr Lieben, mein Name ist Joelle Tan oder auch Mara Erlbach, je nachdem welches Buch ihr von mir vielleicht kennt. Ich wurde gebeten, ein Teil zu sein der Daily Soap von Blanc Vallée. Das sind Mini-Online-Lesungen, die in kleinen Stücken jeweils online gestellt werden. Und ja, da mache ich natürlich sehr gerne mit. Ich bin Blanc Vallée sehr dankbar über diese Möglichkeit, mit euch in Kontakt zu treten und freue mich auch drauf. Auf diese Woche gibt es einen Teil von mir und nächste Woche dann nochmal zwei Teile. Und ja, ich bin absoluter Neuling in Sachen Online-Lesungen, habe versucht mich vorzubereiten, mir einen Handystab gekauft und ein Licht und ich weiß nicht was. Und ja, ich hoffe, dass ich alles richtig mache. Wenn nicht, seht es mir nach und ich mache es nächste Woche besser. Aber ja, heute sehen wir uns zunächst einmal einen Teil an von Die Gabe des Winters. Das ist mein erster Fantasy-Roman für Blanc Vallée. Vorher habe ich historische Romane geschrieben. Aber jetzt ist meine Leidenschaft für Fantasy entfacht und ich freue mich auch sehr darüber, dass es noch ein weiteres Fantasy-Buch geben wird. Aber pssst, dazu wird noch nichts verraten. Heute geht es, wie gesagt, um dieses Buch. Ich lese ein erstes Stück aus dem Prolog. Und da ist die Hauptprotagonistin Nuria noch zehn Jahre alt. Der Schnee in Pargo, ihrem Heimatdorf, hat gerade begonnen. Und keiner weiß, warum. Dieser Schnee hört einfach nicht auf. Die Menschen verlieren nach und nach ihre Magien. Und der Gedanke wird immer, verfestigt sich immer mehr, dass Lord Tarek, der Herrscher des Landes, etwas damit zu tun haben könnte. Dieser lebt auf einer Burg namens Griseo. Eine düstere, finstere Burg. Und das war aber nicht immer so. Der Herrscher hat sein Volk scheinbar vergessen, seitdem seine Frau, Lady Miriam, erkrankt ist. Und das ganze Land verfällt in Finsternis. Und auf der Suche nach der Antwort, nach dem Warum, stoßen die Menschen aus Pargo auf dieses Gerücht der Gabe des Winters. Das soll eine Magie sein, die man erhält, wenn man es schafft, Griseo zu betreten. Daran scheitern allerdings alle bisher. Und ja, Wim, der Vater von Justor und Nuria, das sind Geschwister, der glaubt noch weiterhin an das Gute. Und versucht als Dorfältester, seine Männer zu bekehren und sagt, wir gehen noch einmal zu Burg Griseo und flehen unseren Herrn an, uns zu helfen. Und an dieser Stelle befinden wir uns. Dazu muss ich sagen, dass Nuria sich heimlich in die Säcke geschlichen hat, wo Opfergaben drin sind. Die liegen über einem Pferd und ihr Bruder führt dieses Pferd und hat sie schon entdeckt und hat gesagt, versteck dich. Sie wird also dieser Szene ansichtig, die wir gerade jetzt, ja, die ich jetzt für euch vorlese. Endlich stand Wim mit seinen Männern vor dem Ziel seines Weges, dem Eingangsportal der Burg. Ein Fallgitter mit armen, dicken Eisenstäben und ein massives Holztor versperrten ihm den Zugang. Der Anblick bewirkte, dass er sich klein und unbedeutend fühlte. Um seine wahren Empfindungen zu verbergen, verlieh er seinen Worten besonders viel Stärke. Vergesst nicht, wir werden nicht gehen, bevor man uns angehört hat. Diesmal wird Lord Tarek ein Einsehen haben, ich spüre es. Falkus nickte entschlossen. Breitbeinig stellte er sich auf. Dann ließ er seine große Faust durch das Fallgitter hindurch mehrmals gegen das Holz donnern. Jedes seiner Worte schallte laut und tief durch die Luft. Lord Tarek! Die Schlucht um Griseo verstärkte seine Stimme noch. Kommt heraus und hört unser Ansinnen. Wimms Herz schlug ihn bis zum Hals. Eine Weile lang geschah nichts, noch einmal verlangte er. Erneut hämmerte Falkus gegen das massive Holz und rief, Lord Tarek, öffnet das Tor, euer Volk braucht euren Schutz. Wieder warteten sie vergeblich. Wimms sah hoch zum Mauerring. Keine Wachen waren zu sehen, die Burg wirkte verlassen. Gerade als Falkus im Begriff war, seine Faust zum dritten Mal zu erheben, begann das Fallgitter zu quietschen. Man hat uns bemerkt, sagte Wim. Alle traten einige Schritte zurück. Schwerfällig spannten sich die armen dicken Ketten an den Seiten und zogen das Gitter nach oben. Danach kamen die eisenbeschlagenen Flügeltüren langsam in Bewegung. Stück für Stück gaben sie den Blick frei auf das, was sich dahinter verbarg. Die Gesichtslosen, wie die Getreuen des Lords wegen ihrer übergroßen Kapuzen genannt wurden, hatten sich nebeneinander aufgereiht und ihre Schwerter gezogen. Sie flankierten ihren Herrn, Lord Tarek. In eine pechschwarze Rüstung gehüllt, saß er auf seinem fährten Monrak. Der Hengst scharte beinahe wütend mit dem Huf. Der Blick des Herrschers hätte nicht grimmiger ausfallen können. Er stierte die Männer an, als wären sie Eindringliche, und beleckte dabei die Zähne. Was wollt ihr hier? grollte er, sodass Wim eine Gänsehaut überlief. Die Stimme des Lords schien aus mehr als nur einem Mund zu kommen. Sie wurde begleitet von einem dämonischen Echo. Auf grausige Weise übertönte sie mit Leichtigkeit das Tosen des Sturms. Wim erschrak zutiefst, und er spürte, dass es seinen Freunden ebenso erging. Eine ganze Weile schon hatten sie ihren Herrn nicht mehr gesehen. Was war in der Zwischenzeit mit ihm geschehen? Lord Tarek hatte nahezu alles Menschliche verloren. Mehr wie ein tollwütiges Tier kam er ihm vor. Herr, begann Wim, indem er gegen den Wind anrief. Er legte die Handflächen als Geste des Friedens auf sein Herz. Bitte hört uns an, wir sind in großer Not. Ich habe euch befohlen, die Burg zu meiden. So sehr wir euch auch gehorchen wollen, es ist uns nun möglich. Pagos Menschen droht der Tod. Bitte helft uns, wie ihr es in früheren Zeiten stets getan habt. Diese Zeiten sind vorbei. Verschwindet von hier. Es ist mir gleich, welche Nöte ihr leidet. Wim spürte Verzweiflung in seinem Innersten aufsteigen. Er konnte nicht noch einmal mit leeren Händen nach Pago zurückkehren. Augenblicklich legte er jeden noch verbliebenen Stolz ab und faltete seine Hände wie zum Gebet. Bitte, mein Lord, wir haben euch beim letzten Ting den Eid wiederholt geschworen. Mein Wort gilt noch immer. Ich bin euch treu ergeben, aber Dann tu gefälligst, was dein Herr dir befiehlt. Kehre sofort um in den Wald zu deinem Dorf. Was ist mit eurem Wort? Auch ihr gab uns damals ein Versprechen. So, es klang wie Spott, als hätte der Lord seine Schwüre niemals ernst gemeint. Dann nehme ich mein Wort hiermit zurück. Was aber? Von nun an werde ich nie wieder einem Ting beiwohnen. Er ist überflüssig geworden. Ebenso wie die Magien im Land. Ihr habt nichts mehr von mir zu erwarten, sprach er kalt. Das könnt ihr nicht tun, Falkus' Stimme war von Aussichtslosigkeit gezeichnet. Er stolperte vor. Beendet wenigstens den Winter, damit wir Korn anbauen können. Lord Tarek legte den Kopf schief, als er sie ihm zuwandte. Willst du mir etwa sagen, was ich zu tun habe? Unsere Frauen und Kinder hungern und frieren, erwiderte Falkus. Wie könnt ihr zulassen, dass das geschieht, wo euer Herz doch ähnliche Qualen leidet? Wim sah ruckartig zur Seite. Das, was er im Begriff war zu tun, war gefährlich. Nicht, Falkus! Nur zu! Sprich es schon aus, lockte der Lord ihn geradezu. Gib mir einen Grund, dich zu richten. Wim erkannte die drohende Gefahr. Denn sein Blick fiel nun auf die Hände des Lords. Er hielt die Zügel seines Pferdes so fest, dass sie knöchelweiß hervortraten. Falkus, schweig jetzt, versuchte Wim, seinen Freund erneut aufzuhalten. Lady Miriam zu erwähnen, war ebenso verboten wie das Sprechen über die vergangenen Magien. Lord Tarek hatte es durch seine Männer in ganz Aria verkünden lassen und gedroht, jedem bei Missachtung einsperren oder töten zu lassen. Falkus aber ließ sich nicht beirren. Versteht doch unseren Kummer. Ihr selbst habt ein Weib, um das ihr euch sorgt. Das Herz eines einfachen Mannes liebt ebenso wie das eines Herrschers. Lord Tareks Augen verengten sich, bis sie kaum mehr waren als bloße Schlitze. Er fixierte Falkus auf bedrohliche Weise. Du wagst es also tatsächlich und brichst meine Gesetze sogar in meiner Gegenwart, stellte er trocken fest. Bitte her. Wim war vor seinen Freund gesprungen, der ihn jedoch an Länge weit überragte. Er weiß nicht, was er sagt. Der Hunger lässt ihn wirrreden und raubt ihm den Verstand. Monrak, der Rappe des Lords, setzte sich in Bewegung, als wäre er selbst erzürnt über das, was er hier sah und hörte. Ungeduldig schlug er dabei mit dem Kopf, kaute auf seinem Gebissstück herum. Schaum lief aus seinem Mund. Nie wieder wirst du den Namen meiner Gemahlin in den Mund nehmen, du Wurm. Ich werde selbst dafür sorgen, versprach Wim, als er die große Hand von Falkus auf seiner Schulter spürte. Dieser schob ihn zur Seite, als wäre er bloß ein schmächtiges Kind. Ich hatte nichts Böses im Sinn, mein Lord. Wir sind hier, um euch anzuflehen, in demütigster Haltung. Er ging auf die Knie. Lasst nicht zu, dass auch unsere Frauen erkranken. Lady Miriam würde das nicht wollen, sie hat ein gütiges Herz. Der Atem des Herrschers ging jetzt immer schneller. Sein Brustkorb hob und senkte sich, während er die Luft zwischen seinen aufeinandergepressten Zähnen einsog und wieder ausstieß. Speichel speien, schrie er plötzlich, ich will nichts mehr hören. Mit einem Mal begann der Boden zu vibrieren. Wim sah, wie die Steine der Brücke zu tanzen begannen. Lücken taten sich dazwischen auf, in denen die weißen Flocken des Neuschnees versanken. Die Hand des Lords schnellte nach vorne, wobei er die Finger krallenartig auf sein Gegenüber ausrichtete. Falkos Blick wurde plötzlich starr, ebenso seine Gliedmaßen, als wäre er von Kopf bis Fuß gefesselt. Jetzt drehte der Herrscher die Hand. Falkos Füße verließen den Boden. Er schien nicht in der Lage, sich dagegen zu wehren. Seine Lippen öffneten sich, er rang nach Luft. Lortariks Blick war von tiefer Boshaftigkeit gezeichnet. Kein Fünkchen Mitleid war darin zu erkennen. Ich habe dich gewarnt, doch du wolltest nicht hören. Falkos lief blau an im Gesicht. Die Adern auf seiner Stirn traten hervor. Seine Füße zuckten umher. Ich werde dafür sorgen, dass du meine Worte niemals mehr vergisst. Mit dem bloßen Ruck seiner Hand schleuderte Lortarik Falkos weit nach hinten. Der Hühne prallte hart auf und blieb auf dem Rücken liegen. Japsend versuchte er zu atmen. Sofort stürmte Wim auf ihn zu. Falkos, rief er. Sein Freund lebte. Wims Erleichterung darüber jedoch wich sogleich einer brennenden Wut, als er merkte, dass Falkos nicht auf ihn reagierte. Er schnellte herum und schrie gegen den Schneesturm an. Was habt ihr mit ihm gemacht? Ich habe ihm eine Lektion erteilt. Lortarik wendete seinen Hengst und ritt zurück zum Burghof. Verschwindet von meiner Brücke und kommt nicht mehr zurück. Fassungslos sah Wim ihm nach. Ein Beben erfasste seinen Körper. All das Leid, das Pargo seit langem ertrug, erschien vor seinem inneren Auge... Nein. All das Leid, das Pargo seit langem ertrug, schien vor seinem inneren Auge an ihm vorbeizuziehen. Was musste noch geschehen? Wann sah der Lord endlich ein, dass dieser Weg der falsche war? Mussten erst ihre Frauen und Kinder sterben? Es stimmt, was man sich erzählt, rief er. Euer Herz ist kalt wie das Eis, welches das Land überzieht. Ihr seid wahrlich ein Monstrum geworden. Das Pferd des Lords hielt abrupt an. Wim wusste in diesem Moment, dass er einen großen Fehler begangen hatte. Und auch, dass dieser nicht mehr gut zu machen war. Alles, was als nächstes geschah, nahm er in einer Art Zeitlupe wahr. Lord Tarek sprang von seinem Pferd, das Gesicht vor Zorn verzogen. Während er auf Wim zurannte, zog er sein Schwert aus der Scheide. Wim konnte den Blick nicht davon nehmen. Er hatte bereits viel von diesem magischen Schwert gehört. Jetzt sah er sein rotes Glühen zum ersten Mal mit eigenen Augen. Nein! Es war Justor, der ein langgezogenes Schreien ausschließ. Es wurde noch übertönt von einem schrillen Kreischen. Wim wandte den Blick. Nuria! Sein Herz sank ein Stück tiefer, als er seine kleine Tochter hinter sich sah. Er lief rückwärts und breitete schützend die Arme aus. Im nächsten Augenblick wurde er von der Faust des Lords am Kragen gepackt. Wim fühlte sich dabei wie ein bloßes Blatt im Wind. Der Herrscher war stark wie zehn Männer und zwang ihn mühelos auf die Knie. Du hast dein Schicksal eben selbst besiegelt. Ich werde dafür sorgen, dass du das Ungeheuer in mir nicht mehr sehen musst. Lord Tarek führte sein schwer quer vor Wims Augen. Das grelle Leuchten nahm jetzt noch weiter zu, bis alles um die Klinge herum seine Umrisse verlor. Es war das Letzte, was Wim jemals sah. Er hörte sich selbst schreien. Die Hitze, die vom Stahl ausging, begann, seine Augen zu kochen. Die Welt um ihn herum bestand nur noch aus Schmerz. Etwas Flüssiges trat aus seinen Augenhöhlen und lief ihm über die Wangen. Erst jetzt lockerte sich die Faust des Lords. Wim fiel zurück. Er konnte nicht aufhören zu schreien. Suchend betastete er sein Gesicht. Doch dort, wo eben noch seine Augen gewesen waren, griff er nun in zwei leere Höhlen. So, das war der Teil, den ich euch vorlesen wollte. Ja, es war etwas schaurig, aber ich verspreche, die Liebe spielt auch eine sehr große Rolle in diesem Buch. Wenn ihr Fragen habt, postet sie hier unten oder gleich auf autorin.joeltan auf Instagram. Ich freue mich auf nächste Woche. Ich freue mich auf jeden Fall. Ich freue mich auf jeden Fall. Ich freue mich auf jeden Fall. Ich freue mich auf jeden Fall.